da guck mal gleich noch mal komm schon wir brauchen faserstoff haben wir leinen und spinnen der spinnen netze meine kaufen können kann ich leinen nicht bauen warum kann ich leinen nicht bauen glaubt da brauchte ich nähe möbel äh 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 wieso kann ich leine nicht bauen warum muss ich das kaufen äh 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 ähm äh 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 Ja, mehr Infos gibt es darüber halt nicht, ne? Kleinen aus Landwirtschaft und Bekleidungsgeschäft. Landwirtschaft. Hm. Okay, wir haben hier die Möglichkeit. Hier. Wieder. Bei Schafen gibt es normalerweise Schuhe, Wolle und keine Leinen und Pferde. Ich habe keine Ahnung. So, den dann nennen wir mit. So, den hauen wir mal da rein. So, da rein. Nein. Haben wir auf jeden Fall genug Pups, dass wir uns dann... ...ein Ding machen können. Und Hallöchen, Sebitron. Äh, neue Pflanzkästen, wenn wir irgendwann mal die 30.000 voll haben. So, jetzt können wir da hinten das Rohr reparieren. Dann sollte der Brunnen auch wieder schön werden. Also, so wassertechnisch. Natürlich klaut das immer genau dann abwendig ankommen. Äh, 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 äh. Entschuldigung. Dabei habe ich letzte Nacht zu lang schlafen. Äh. Boah. So bescheiße, Meta-Ding. Okay. Dieser Gaul ist nicht zeugungsfähig. Hat keinerlei... ...Schlechtsmerkmale. Also, weder das eine noch das andere. So, lass mich mal... Kann ich da zum Gaul rein? Okay. Schade. Ach, jetzt auf einmal, wenn ich das Zeug dabei habe, dann ist er da. Bist du hier, um das Rohr zu reparieren? Ja. Was machst du hier? Ich stelle Nachforschungen an. Wir glauben, dass jemand das Rohr absichtlich kaputt gemacht hat. Man kann Handabdrücke auf dem Rohr sehen. Wer würde so etwas machen? Ein fremder Staat? Hat Gail irgendwelche Feinde? Huss und Huss? Ich würde tatsächlich eher tendieren zu... Hat Gail irgendwelche Feinde? Ich würde so etwas machen. Das wäre interessant. Ich bin sicher, dass der Bürgermeister mehr als genug Kritiker hat. So, reparieren. Oh oh. Ey, ich habe da vorhin 80k Schaden gekriegt. Bin ich hier jetzt spinnen? Was ist passiert? Ich weiß nicht, in dieser Ruine war noch nie jemand. Sieht aus, als wäre es Teil des Kanalisationssystems. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Kommet zu mir, wenn ihr es wagt, drei Stücke weiter unten. Was? Oh. Das klingt nach einer Herausforderung. Das ist wahrscheinlich der Schurke. Sehen wir es uns an? Sollten wir nicht Verstärkung holen. Keine Sorge, du hast ja mich. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob mich das so beruhigt. Ach, ich kann hier gar nicht schicken, gerade. Okay, I think we found a new... Dungion. Ich bin ja nicht neugierig. Ich will ja nur wissen, was gibt es denn hier noch so. Okay, ich bin doch neugierig, was da vorne ist. Servus. Servus. Ecopraut. Gut, vielen Dank für den Follow. Willkommen im Traumland. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß hier. Auch wenn ich zu blöd bin, darunter zu fetzen. Du bist nix binne. Eine Helferatte bist du. Ja, jetzt nicht mehr. Geht ja nix. Oh, Servus. Ich bin der Neue. Ich komme öfter. Hier gibt es so Gruppeninspektion. Ich will ja gar nichts zum inspizieren hier. Hey, Hutzel Dutzels, könnt ihr mal aufmachen? Das vergiftete Wasser, Ausgang finden. Ah, hier geht's doch. Hey, Servus. Sag dir mal, habt ihr hier irgendwo Spinnen gesehen? Ich fände das ja mal geil, wenn die mal mithauen würde. Ah, die haut ja doch. Drauf. Aber geht's denn da schon wieder hin? Okay. Kommen wir erst mal da oben. Kommen wir erst da drüben. Alley up, alley up. Hmm. Au. Schau mal, kannst du vielleicht auch mal zuhauen? Da unten ist der. Ey, du Schnappidu. Okay, dann nehmen wir mal mit. Man weiß ja nie. Okay. Was kann man denn hier? Karbonstall? Au. Au. Don John. Ach, jetzt bin ich wieder da. Okay. So, da geht es nirgendwo hin. Da kann man ja. Müssen wir da rein. Da kann man ja. Okay, das sind stabile Kisten. Und dann ist der Zagazena doll. Müssen wir doch da rein. Hä, wo war denn der andere komische Raum jetzt? Sind wir wieder da? Ein Hoch auf die Kollisionsanzeige in dem Spiel. Ja, die ist grenzgenial. So, ich spring jetzt da rein hier. Servus. Hä, ist der Sturm? Au. Ja, hau mir halt n' Paus. Mau, du Mistfisch. Hallo? Hast du mal in die richtige Richtung dann, gell? Aber ich hab da gerade gesehen, Doppelbanane. So, Banra-Di, Doppelbanane. Hör mal. So. Oh, kein Loot hier. Fällt's gut, wenn du blocken könnt. Ja, blocken wäre hier echt geil. Manchmal. Schick auf den Maul. Okay. Grenze halt immer in vier Richtungen weggeht. Okay. Alter, die tun aber weh. Ja, wow, wow, wow. Fellstucken, Zähne. Scheißleerde Kiste, oder was? Oh, Mann, 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 Mann. Und Hallöchen, Kajütchen. Ich glaube, wir müssen da lang, oder? Ich glaube, ich muss nicht da lang. Da kam nicht doch her. Ey, verarschen, oder was? Und wo ist Sam hin? Ich glaube, wir müssen doch da lang, ey? Dann mal hier. Okay. Ah ja. Ganz viele Ratten, aber keine Spinnen. Und ab. Ah, das war daneben. Kuhjötchen hat wieder zugeschlagen. Vielen, vielen Dank Kuhjötchen für dein Sub Gift an Sebitron 666. Tja Sebitron, ob du willst oder nicht, nun bist du in der Traumgarde. Ich wünsche dir viel Spaß mit den Emotes und hoffe, du hast ein bisschen Spaß hier. Und du darfst dir im Traumland ein kleines Stückchen aussuchen und darfst es dir da gemütlich machen. Und nochmal vielen Dank Kuhjötchen. So. Aber. Äh. 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 Die konnte ich ja gar nicht töten. Äh. 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 Jetzt aber hier mal. Ich bescheiß um mich dann doch, oder? Geht ja mal gar nicht. Geht mal kurz! Guck jemand zu Hause? Guck jemand zu Hause? Servus! Guck jemand zu Hause? Servus"! Lässt dich von Level 21 auf dem Möbel, nahe Schnauze da drüben, Kelly Spiel ja auch erst Level 2 Level 1, als erster, Alter, mach doch da mal was Teilen sich die Säcke wieder, na super Nicht heilen, ihr Cheater, darf nur ich Alter, wie der halt Komm, zieh durch, hau den weg jetzt Alter, really? Alter, hau doch da mal zu jetzt Alter, sind die ekelhaft Ja natürlich Sag ich ja, ich darf die nicht Ist halt kein DAX aus Ich hab DAX aus tatsächlich nie gespielt Alter, komm ich schon mal Also ich bin jetzt 15 mal über den Kreis gelaufen So Den hat kein Mensch erlaubt zu leben Alter, wo geht denn da hin? Bin ich ja schon wieder am Anfang Da sind wir da, da wollen wir mal nicht hin AX Hosen ist gut, ja drum steht sie auch neu auf der Liste A la bin ich denn noch AX Hosen ist gut, ja drum steht sie auch neu auf der Liste AX Hosen ist gut, ja drum steht sie auch neu auf der Liste Hier sind schon Wir sind da Also ich muss mich so rumdrehen. So, dann komme ich jetzt wieder da hinten hin, ne, zum Aufzug. Genau, das ist doch Pupscheiße. Dann sehe ich das richtig, dass hier... ...la Boss ist. Und Plumsi, Hallöchen. Na, wie geht's dir? Vielen Dank für deinen Host. Ich fing grad voll den Weg nicht. So, jetzt laufen wir das Ganze nochmal. Alter, die sind ja wieder da. Bin ich jetzt wieder da, wo ich hin muss? Geh weg. Au! Was ich die nicht wegmacht. Ich glaube, jetzt bin ich erst richtig. Hier geht's supi, das freut mich. Genau, hier rum. Rechts rum und dann immer der Nase nach. Au! Alter, er schick mich halt, du scheiß Dreckspiel. Alter. Die hauen aber mal echt böse rein, ne? Oh, nein, nicht du. Hugo, komm mal hoch da. Ja, komm mal her, du. Ja, komm mal her, du. So, und jetzt kommst du und kriegst dich auf den Maul. Oh, nee. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich so eine Scheiße nicht mag? Bin ich da zu blöd für? Ah, ab und dann hat auch ein Tickerle Glück. Da geht's nicht weiter, ich muss da lang. Ey, Hugo. Komm her, da. Servus. Tschüss. Äh... Wut, 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 wut. Ich seh dich da hinten. Komm her, du Sack. So, die nehmen wir mit. Au! Äh, du schaust du dumm. So, da ist ja noch einer. Au! Du schaust du weg. So, meine. Ah, tier Skelett, besonderer Gegenstand, okay. Jetzt habe ich tatsächlich keine Kulischen. Tatsächlich schon gesehen, dass ich die für was brauche. Oh! Oh, wart. mal kurz weg so problem habe ich dann keine ausdauer mehr ich habe den einen noch, der gibt mir 50 toll, hier kriege ich wohl Carbon ja, war mir klar so, habe ich hier noch irgendwie was mir Energie gibt 33 GP eine Ausdauer, also drei Ausdauer der sieht echt übel aus das sind Ratten, ja das stellt GP wieder her aber ich habe 0 für Ausdauer auf das ist das ist